Bisschen links halten. Bisschen mehr links, mehr links, mehr links, mehr links. Ah, da geht der Weg. Ja, sehr brav. Eindeutig eine Durango-Spur. Und jetzt musst du ein bisschen weiter rechts fahren, weil der Ast hängt gerade recht weit rein. Ah, der Ast. Machst halt die Spur ein bisschen breite, ist egal. Ich habe auch eine Nüsse hierher. Im Trocknen gestern war es kein Problem und jetzt ist der Ast nass und jetzt hängt der Tiefe. Aber egal. Jetzt rechts ein bisschen mehr halten, ein bisschen mehr rechts. Nein, das ist so, als ob ich das Fenster offen habe. Ja, ja, ich habe das ja rausgehört und habe ich schon links hoch. Jetzt habe ich ihn direkt dabei. Und jetzt hältst du dich links. Links? Jawohl. Okay. Ja, das wird momentan total riesig. Also noch ein Stück Grat, noch ein Stück Grat, noch ein Stück Grat, noch ein Stück Grat, noch ein Stück. Und jetzt hoch. Geradeaus hoch. Ja. Und einfach ein bisschen mehr rechts hoch. Weiter, weiter, weiter. Draufbleiben, 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 draufbleiben. Nach links, nach links. Draufbleiben, draufbleiben. Mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas. Mehr Gas. Zu spät. Zu spät. Stopp, stopp. Jetzt erst einmal überlegen, die müssen wir einschlagen.